In einer Welt zunehmender Komplexität gilt Systemdenken als die Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Mit der Systemtechnik schafft die Köhl-Gruppe innovative Komplettlösungen für Kunden aus den unterschiedlichsten Bereichen. Die intelligente Produktion ist einer der entscheidenden Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit heutiger Industriebetriebe und Unternehmen. Maschinenbau, Elektro- und Automationstechnik bilden die Grundpfeiler, mit der die Systemtechnik ein komplexes Ganzes plant und realisiert, um Produktionsabläufe und Prozesse beherrschbar zu machen. In der Unternehmensgruppe Köhl existieren traditionell diese drei klassischen Disziplinen. Hierzu nutzt Köhl die eigenen Potenziale der jeweiligen Fachabteilungen. Die Kommunikation zwischen Planung, Ausführung und Organisation funktioniert aufgrund einer flachen Hierarchie reibungslos. Entscheidend hierbei ist die konsequente Nutzung moderner Technologien sowie die Umsetzung der entstehenden Synergien. Die Köhl-Systemtechnik entwickelt und realisiert Konzepte für unterschiedliche Industriebereiche. Die wichtigsten sind Automobilzulieferindustrie, chemische Industrie, Nahrungsmittelindustrie, Stahlindustrie, Tabakindustrie, Warentransport- und Lagersysteme und Wasserkraftwerke. Neben den traditionellen Arbeitsgebieten ist das Entwickeln und Umsetzen von organisatorischen Konzepten und Prozessabläufen für den Kunden von großer Bedeutung. Mit solchen Lösungen grenzt die Produktionstechnik unmittelbar an die Produktionswirtschaft als Teilgebiet der Betriebswirtschaft. Sie wird damit ein integraler Bestandteil der Unternehmensführung. Technologien wie die Mikrotechnik greifen immer stärker in die Prozesskette. Oftmals hat die Integration verschiedener Ingenieurswissenschaften zu neuen Entwicklungen in der Technik, ja sogar zu neuen Disziplinen geführt. Die Systemtechnik führt die Disziplinen Maschinenbau, Elektro- und Automatisierungstechnik so zusammen, dass das Nebeneinander von Einzelwissenschaften durch ein systematisches Miteinander ersetzt wird. Die Planung und Simulation komplexer Systeme wird durch moderne Informationsverarbeitung wesentlich vereinfacht und meist überhaupt erst möglich. Die Köl-Systemtechnik hat durch die Zusammenführung von klassischen Disziplinen mit moderner Automatisierungstechnik und aktuellen IT-Technologien ein Leistungspotenzial, das Lösungen für viele komplexe technische Probleme bereitstellt. Basis für diese Lösungen sind speicherprogrammierbare Steuerungen, Simulations- und Visualisierungsplattformen sowie im industriellen Bereich etablierte Feldbus-Systeme wie zum Beispiel Profibus, ASI, Netzwerktechniken vom Einzelplatz über Client-Server bis zum Wide-Area-Network. Zum Lieferumfang zählen Lösungen für die Automatisierung auf Feldebene, Bedien- und Beobachtungssysteme, überlagerte Steuerungssysteme, Datenmanagementsysteme, Netzwerkkonzepte und Sicherheitskonzepte auf Busbasis. Dieses Zusammenführen einzelner Disziplinen funktioniert jedoch nicht nur bei kompletten Leistungen aus der eigenen Unternehmensgruppe, sondern in gleichem Maße auch bei der Integration von Fremdgewerken in Gesamtlösungen. Der Anspruch an eine moderne Automationstechnik ist sehr einfach, an wenigen Punkten festzumachen. Verfügbarkeit, Wirtschaftlichkeit, aktuelle Technologie und kompetenter und schneller Service. Um unserem hohen Qualitätsanspruch gerecht zu werden, verfügt die Kühl-Systemtechnik über einen eigenen Schaltanlagenbau. Hier wird unter Beachtung der geltenden Normen und Vorschriften gefertigt. Die konsequente Ausgangsprüfung aller Schränke sichert unser hohes Qualitätsniveau. Das Leistungsangebot in diesem Bereich umfasst Niederspannungsverteilungen, Steuerschränke, MSR-Schaltanlagen, Netzwerkschränke, PC-Schränke, Energieverteiler und Sonderschränke. Durch die konsequente Fortführung technologischer Innovationen ist Kühl zu einem der führenden Partner in Sachen Systemtechnik weltweit geworden. Nutzen Sie unser breites Spektrum der Ingenieurskunst für die intelligente Umsetzung Ihrer betrieblichen Ziele. Kühl – Solutions with Power Untertitelung des ZDF, 2020